Willkommen bei Metabolismo TV, Ihrer Quelle für korrekte Informationen über den Stoffwechsel und die Gesundheit. Es gibt weder Körper noch Säuren noch Alkalien. Frank Suarez, Experte für Fettleibigkeit und Stoffwechsel klärt das kontroverse Thema der Körperalkalisierung. Ist der Körper sauer oder alkalisch? Erfahre, ob du einen sehr sauren Körper hast und wie diese Debatte oft verwirrend war. Ist es wahr, dass Krebs in einer sauren Umgebung entsteht? Ist es wahr, dass Krebs von einer sauren Umgebung abhängt? Eine saure Umgebung ist auch eine Umgebung mit niedrigem Sauerstoffgehalt. Es ist jedoch nicht wahr, dass Krebs auftritt, weil der Körper zu sauer oder sogar zu alkalisch ist. Diese Annahme ist nicht korrekt. Sowohl Säure als auch alkalisch können extrem sein. Deshalb werde ich kurz erklären, warum es weder Körper noch Säure noch Alkali gibt, um das Thema zu korrigieren und ein bisschen mehr mit der Wissenschaft der Sache und weniger mit der Theorie des Themas zu denken. Ich bin auf dem Weg, passt gut auf. Der menschliche Körper ist wahrhaftig ein Wunderwerk der Natur. Im menschlichen Körper sind sowohl Säuren als auch Alkalien vorhanden, die eine wichtige Rolle spielen. Wenn wir über alkalische Säure sprechen, kommen wir zwangsläufig auf die pH-Skala als Referenz zu sprechen. Der pH-Wert ist eine Skala. pH steht für das Wasserstoffpotenzial. Das ist die Bedeutung und Erklärung davon. Wenn Sie über den pH-Wert des Blutes oder den pH-Wert einer Substanz sprechen, sprechen Sie darüber, wie viel Wasserstoff es enthält, also den Wasserstoffpotenzial. Wasserstoff ist sauer, er hat eine saure Wirkung. Wenn Sie hier diese Skala haben, diese pH-Skala, eine pH-Skala, hier ist 7.0, was Sie neutral nennen. Zum Beispiel das Wasser eines Flusses. Wenn es ein Fluss ist, der nicht viele Steine auf dem Weg hat und so weiter, wird neutral sein, weder sauer noch alkalisch. Wenn Sie nach oben gehen und 8.0 erreichen, nicht wahr? Dann sind Sie zur Milch gekommen. Die Milch ist alkalisch. Also deshalb kann eine Person Säure haben, sie trinkt ein Glas Milch und die Säure wird reduziert, weil Milch basisch ist. Wenn Sie auf der Skala weiter nach oben gehen und einen Alkalinitätswert von 10 erreichen, wird dies jetzt als Ammoniak bezeichnet. Ammoniak, Chlorox, diese Ammoniak-Substanz, nun das ist eine 10. Tatsächlich haben Sie ein bisschen Ammoniak auf die Haut bekommen und es wird Ihre Haut verbrennen, weil es zu alkalisch ist. So macht es keinen Unterschied, ob etwas zu alkalisch oder zu sauer ist. Jetzt, wenn Sie nach unten gehen, nicht wahr? Und hier zum Beispiel runter gehen, hier auf 5.0, sind Sie beim Essig angekommen. Wenn Sie Essig erreichen, liegt der pH-Wert bei 5,0, aber wenn Sie weiter nach unten gehen und hier bei 2,5 ankommen, dann sind Sie bei Coca-Cola angekommen. Coca-Cola hat einen pH-Wert von etwa 2,5, also sehr sauer. Okay? Ihr Magen muss ein wenig tiefer sein, um verdauen zu können, wie bei 2.0. Also, um verdauen zu können, benötigen Sie Säure im Magen. Wenn Sie keine Magensäure haben, können Sie das Essen nicht verdauen. Also ist der pH-Wert des Magens sehr sauer. Allerdings, obwohl der Magen mit Säure arbeitet, die hier ist, ist dieser Darm, der sich so dreht, so funktioniert, von innen alkalisch. Aber im Magen ist es sauer und muss so sein, denn wenn Sie keine Säure haben, können Sie nicht verdauen. Sie können kein Fleisch essen, Sie können keinen Käse essen, nichts davon, weil es ohne Säure nicht möglich ist. Aber sobald das dort verarbeitet ist und hier hineingeht, produziert die Bauchspeicheldrüse, die hier ist, ein Enzym namens Pankreatin, das sehr alkalisch ist und beginnt, es zu alkalisch zu machen und es noch weiter zu zerlegen. Was Säure nicht zerbrochen hat, beginnt alkalische zu zerbrechen. Immer extrem. Säure, weil Magen sehr sauer ist, 2.0 ist sehr sauer, oder? Und der alkalische Pegel, der in der Bauchspeicheldrüse vorhanden sein kann, kann gut alkalisch sein. Wir sprechen von 8,5. Kann es bis 9 erreichen, oder? Das bedeutet, dass Sie in verschiedenen Teilen des Körpers sowohl Säure als auch Alkali finden werden. Ein Beispiel dafür ist, dass die Haut einen sauren pH-Wert aufweisen muss. Aber warum genau muss die Haut sauer sein? Die saure Schicht verbrennt Bakterien, schützt uns vor ihnen und dient als Schutz vor Bakterien, indem sie diese durch Säure bekämpft. Sie haben eine schützende Säure-Schicht im Inneren, allerdings hat das Blut, das sich darin befindet, einen bestimmten pH-Wert, der für den Körper von großer Bedeutung ist. Gestern, 7.04. Das Blut ist, angeblich ist gesundes Blut, etwa 7,4. Das bedeutet, dass es ein bisschen alkalisch ist. Warum ist das Blut alkalisch? Weil ohne Alkalität zieht das Blut keinen Sauerstoff an. Wenn es sauer wäre, wie es bei einem Diabetiker der Fall ist, der eine Acidose hat, stirbt er. Weil die Säure den Sauerstoff abweist und der Diabetiker stirbt, wenn er eine Acidose hat, eine Acidose-Krise. Das Blut wird so sauer, dass es auf 6,8 sinken kann. Und wenn es auf 6,8 oder 6,7 sinkt, wird die Person bewusstlos. Warum? Im sauren Milieu weist es Sauerstoff ab, gelangt nicht ins Hämoglobin, erreicht nicht die Zelle und der Körper stirbt. Grundsätzlich besteht der Körper aus sauren und alkalischen Teilen. Das Blut ist alkalisch, die Haut ist sauer und eine Kombination aus Säure und Alkali. Es gibt also unterschiedliche pH-Werte in verschiedenen Teilen des Körpers. Das Problem entsteht, wenn ein Körperteil, das alkalischer sein sollte, sauer wird, dann kommt der Krebs. Krebs existiert immer in einer sauren Umgebung. Weil? Weil die Säure, wie ich gerade erwähnt habe, den Sauerstoff zerstört. Die Säure ist wichtig, da sonst keine Verdauung oder Schutz vor Bakterien möglich wären und bestimmte Körperfunktionen ohne Säure nicht funktionieren könnten. Also sollten wir nie sagen, dass ich einen sehr sauren Körper habe, sondern einen sehr alkalischen. Wir haben alle Säure und Alkalien, je nachdem, von welchem Teil des Körpers Sie sprechen. Gesundheitsprobleme, Stoffwechselprobleme und Krebs treten auf, wenn es einen Überschuss an Säure an einem Ort gibt, an dem keine Säure sein sollte und Sauerstoff sein sollte. Es gibt auch Menschen, die an Alkalose sterben. Das heißt, sie haben einen Anfall und sterben daran. Bei Menschen mit aufgeregtem Nervensystem tritt oft Asthma auf, da der Körper zu alkalisch ist. Aber das Alkalische sind die Lungen, verstehen Sie mich? Wenn die Lungen zu alkalisch werden, entwickeln sie Asthma. Also sollten wir aufhören zu behaupten, dass dies sehr sauer ist und jenes sehr alkalisch ist, denn das ist nicht der Fall. Säure und Alkali, all das wird benötigt. Also beenden wir das. Weil? Weil die Wahrheit immer siegt.